Das Abwasser der Stadt Jena und Umgebung kommt hier im Grobrechen an. Der Grobrechen fährt runter an die Sohle und holt grobe Stoffe und Äste heraus. Über die Rechenrutsche rutscht das Rechengut in den Container. Nachdem das Abwasser durch den Grobrechen geflossen ist, wird es durch die Schnecken nach oben befördert. Nach den Schnecken kommt das Abwasser am Feinrechen an. Der Feinrechen filtert alle Feinstoffe, wie zum Beispiel Essensreste oder Klopapier, aus dem System. Das Rechengut aus dem Feinrechen gelangt in den Container und wird dort ordnungsgemäß entsorgt.